Thomas Bareiß hat die Gemeinde Römerstein besucht. Der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und CDU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Hechingen kam auf Einladung seines Kollegen aus dem Wahlkreis Reutlingen, Michael Donnt. Bei seinem Besuch standen Fragen rund um die Energiepolitik im Mittelpunkt. So informierte sich der Abgeordnete unter anderem über das Projekt Neue Energie Römerstein und informierte selbst, wohin die Reise der Energiepolitik gehen soll.